so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße ganz herzlich zum guten morgen börse gemeinsam mit xtb heute am mittwoch den 15 november 2023 und wir wollen natürlich eine nachbetrachtung liefern dessen was gestern veröffentlicht worden ist inflationszahlen 3,2 prozent unter der erwartung von 3,3 prozent reingekommen und ja ihr werdet den kursverlauf gesehen haben ihr werdet gesehen haben wie der nasdaq durch die decke geschossen ist der s&p durch die decke geschossen ist der dax folgte im windschatten auch jetzt mit einer attacke auf die oktoberhochs der nasdaq knapp unterhalb seiner bis dato jahreshochs und ich will ich will es nicht beschreien ehrlich gesagt aber ich musste gestern mich so ein bisschen fast schon zügeln die gedanken nicht zu zu groß werden zu lassen in anführungsstrichen und schon ein allzeithoch potenzial im jahr 2023 zu sehen aber ausgeschlossen scheint es auf jeden fall nichts zu sein das was wir zu sehen bekommen ist weiter benzin was wir ins feuer gießen jetzt an dieser stelle die bullischness der jüngsten tage so wie ich sie gestern hier ja skizziert hatte wie gesagt ich bin zweifelhaft gewesen die ganze zeit ob das überhaupt eine spekulation auf eine geldpolitisch expansivere fett war sondern vielleicht vielmehr eher eine fomo also das heißt eine fear of missing out seitens portfolio managern die jetzt geld an von der seitenlinie in equities haben pumpen müssen das habe ich dadurch bestätigt gesehen weil gold wiederum ja sich erbärisch präsentiert hat gold natürlich auch stark bullisch auch da wollen wir heute einen blick darauf werfen ob das gestern hier bereits angerissenes szenario welches jetzt vielleicht sogar form annimmt und so in diesem zusammenhang haben wir jetzt eigentlich alle vorgaben erfüllt für eine jahres-end rally das was interessant ist natürlich wie kommt man jetzt in das aktuelle umfeld rein und das glaube ich das könnte ein problem werden weil ich würde nicht ausschließen dass wir einfach weiter marschieren auf der oberseite dass es gar keine großen rücksetzer mehr gibt dass es maximal vielleicht hoffnung so ein bisschen nächste woche mit thanksgiving dass es da mal so eine kleine digestion gibt so ein kleines abarbeiten so einen kleinen vielleicht konsolidierungszone die sich herauskristallisiert aber sonst dass eben rücksetzer eher mangelware bleiben dürften bevor ich mal weiter rede zunächst der blick auf den risikohinweis und dann blicken wir natürlich auch auf die charts und machen ein bisschen sinn daraus was ich gerade gesagt habe also devisen und cfd sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin getradet werden gehen mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren ausgehend hier sind sie nicht für jeden anleger geeignet bevor man mit dem handel beginnt erstellen man bitte sein persönliches risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine thema herunter test der handelsichofrei und schau ob der handel mit diesem produkt sich für ein ereignet so wenn man das für sich mit ja beantworten kann hat man auch die möglichkeit ein live konto zu öffnen diesbezüglich alle informationen vor schneller risiko weiß auf xdb.com.de auch gerne den deutschen kundensupport kontaktieren dazu die kontaktdetails gleich kurz in eigener sache bitte nichts in den folgenden minuten als anlageempfehlung missverstehen das handelt sich um ein rein edukatives informatives event hier einmal die kontaktdetails telefonnummer beziehungsweise e mail adresse xdb als broker kurz vorgestellt bester cfd brokers jahrs 2023 ausgezeichnet vom broker weil die gründe dazu geführt haben findet ihr hier mal aufgeführt und auf der webseite natürlich und darüber hinausgehend habt ihr auch die möglichkeit euch natürlich eine demo runterzuladen die xstation zu testen und auf die wollen wir in diesem moment einen blick werfen und ich habe hier den dachs offen nicht dass ich ein trading setup aktuell formulieren würde aber wir sehen jetzt schon bereits wir gehen über die hochs von gestern weitere bullischen ist die wir hier mit der bei uns konfrontiert konfrontiert sehen ich sag das gerade schon im hinblick auf oder beziehungsweise im gegenwart der xdb kunden für die wir das event hier ab 8 15 abgefahren hatten sagte trade den ich immer dax gestern gemacht hätte oder im nahrstag oder ms und p wären momentum trade gewesen mit einem break über die extrem hochs die sich ausgebildet haben infolge der inflationsveröffentlichung und das wäre dann hier in dem fall gewesen vielleicht das sind über die 15 6 30 bis rauf in gefilde 670 680 eventuell trading technisch sonst ist das extrem schwierig derzeit in diesem in diesem überdehnten modus sicherlich da wird der ein oder andere sagen ist das cv technisch überhaupt noch interessant ich denke übergeordnet das kann man hier relativ gut ablesen auf der stundenbasis ich würde sagen nein also wer die party bis hierhin verpasst hat glaube ich der tut aktuell gut daran wirklich eine kurze wenigstens konsolidierung abzuwarten oberhalb natürlich der oktober hochs vielleicht seitwärts man sich dann long zu positionieren aber auch hier wahrscheinlich die zeitebenen deutlich nach unten zu reduzieren ich glaube ich glaube dass das hier cv technisch das wie gesagt für swing engagement und dergleichen wenn auch die long seite zu favorisieren das aber sind nicht sonderlich attraktiv ist gleiches gilt für sei es der s&p der hat noch ein bisschen underperformt im vergleich zum nasdaq aber auch hier deutlicher break den haben wir ja schon letzte woche die deutliche attacke auf die oktober hochs zu sehen bekommen kurze konsolidierung am montag und gestern eben der push höher der war keine große überraschung ich hatte ja entsprechend ganz kurz hier auf den nasdaq zu schauen entsprechende szenarien einskizziert hatte gesagt konsolidierung in die inflationszahlen über die letzte woche also da war der überraschung dass am freitag bereits sich die bullischen es zeigte dann der push höher durch die inflation wobei nicht zwangsläufig gesagt ist dass die inflation selbst diesen push höher initiiert jetzt in dem fall ist es natürlich in das gesamt bullische umfeld sich einfügend ziemlich optimal gelaufen dann nächste woche konsolidierung in folge eben der thanksgiving woche und dann vielleicht noch maximal wenn überhaupt kurzer flash tiefer in den dezember hinein und dann die jahresend rallye mit eventuell potenzial richtung jahreshochs und dadurch dass wir uns jetzt so am freitag und auch gestern natürlich schon so stark bullisch präsentiert haben mit diesen zwei tiefgrünen kerzen körpern hier ist plötzlich sogar das jahreshoch jetzt in die thanksgiving woche hinein ein thema und dann ja dann sind wir in sprung distanz hier bis in richtung der allzeithochs und eventuell bekommen wir sogar noch im jahr 2023 neue allzeithochs zu sehen könnte realistisch auf jeden fall sein ausgehend wie gesagt zum einen durch den umstand dass wir ein fomo zu sehen bekommen potenziell also dass eine fear of missing out stattfindet portfolio manager einfach jetzt ins spiel ihr geld bringen müssen ausgehend weil sie vielleicht seit jahres beginn einen großteil dieser rallye verpasst haben was willst du deinen investoren erklären warum du nicht positioniert warst sondern under performance also nicht dass du gar nicht positioniert das aber zumindestens mal performance technisch eben deutlich an der performance bei einem erst der das jahr eventuell mit aufschlägen größten um 50 prozent oder dergleichen beschließt ganz so extrem wird es im smp nicht sein aber auch der notiert deutlich 20 prozent und mehr im plus bis dato und ausgehend hier von wie gesagt haben wir eine konstellation bei der der modus einerseits überdehnt anmutet andererseits aber realistisch erwartet werden darf das geld in den markt fließt und jetzt kommt sogar noch hinzu dass darüber hinausgehend die fed eigentlich keine basis mehr hat für weitere zins anhebungen also nicht dass der markt es nicht schon ahnte dass wir fertig sind mit zins anhebung zumindest für dieses jahr aber auch eigentlich für die erste hälfte des des jahres 2024 jetzt haben wir eben aus den verbraucherpreisen auch mit 3,2 prozent entsprechend hier ein print unter der erwartung zeitlich verzögert ist davon auszugehen dass die ölpreise sich weiter rückläufig also die werden sie präsentieren sich bereits rückläufig und das auf die inflation durchschlägt das heißt also wir unter zwei prozent laufen wir haben jetzt sogar schon szenarien skizziert gesehen muss man mal so ein bisschen gucken ist das realistisch aber gestern zum beispiel in diversen interviews im englischsprachigen bereich im us amerikanischen bereich hieß es plötzlich sogar deflation szenarien werden das skizziert fakt ist auf jeden fall einmal es ist ein umfeld in dem eine geldpolitisch eher expansivere fed erwartet wird und schauen wir auf das fed watch tool an dieser stelle das heißt also den terminmarkt dann wissen wir eigentlich hat sich jetzt hier nichts verändert im hinblick auf den dezember da sind wir jetzt mit 95 prozent dass die fed fertig ist und es keine zinsanhebung mehr auf der dezimersitzung geben wird was aber spannend ist ist wenn wir auf den juni schauen da erkennen wir dass wir jetzt mit fast 50 prozentiger wahrscheinlichkeit nicht mehr nur eine 25 basis punkt sind zum gesehen die wir gestern hier zum thema gemacht hatten sondern sogar zwei wir sind bei 25 bis 55 und die marktteilnehmer erwarten in der ersten jahres hälfte in folge dieser inflationsentwicklung dieses fundamentalen katalysators zwei weitere zinsschritte und bis ende des jahres dezember sieht sogar die mehrheit der marktteilnehmer mit deutlich über 50 prozent über 60 prozent sogar dass wir am ende des jahres 24 bei 425 bis 450 stehen also das heißt anders formuliert dass wir übers jahr 2024 425 basispunkt zinssenkung zu sehen bekommen ja diese diskrepanzen gab es auch schon zu beginn diesen jahres aber die fallhöhe oder beziehungsweise die fundamentale entwicklung auch mit der sich unter kontrolle jetzt gebracht gesehenen inflation und der sehr sehr wahrscheinlich in dem sehr sehr wahrscheinlich ein szenario dass wir wenigstens in richtung der zielmarke von zwei prozent eben uns bewegen das ist eine dramatische veränderung im übergeordneten bild geldpolitisch lockerer kurs tja und dann siehst du kapitalzuflüsse in equities entsprechend neben der fomo könnte sich das dann auch entsprechend in der zweiten jahreshälfte entschuldigung in der in der ersten jahreshälfte des jahres 2024 fortsetzen und demnach würde ich mich hier wirklich vorsehen vor diesem hintergrund mich schon positioniert zu sehen zu wollen ich kann mir sehr gut vorstellen auch für den heutigen handelstag im hinblick auf den nasek beispielsweise dass dann attack auf die 16.000 realistisch anstehen könnte trading technisch denke ich aber ist besonders gold aktuell einen blick wert jetzt hier mit dem break schon bereits wir erinnern uns an das szenario was ich gestern skizziert hatte ich hatte das hier schon auch für die kunden von xtb skizziert sieht jetzt ein bisschen überladen aus ich versuche mal ein bisschen da sind reinzubringen also diese sks die hatten wir gestern zum thema gemacht die sagte dieser break über die abwärtstrend linie der sich seit auf der 30 minuten basis seit den non von payrolls etabliert hat scheint sehr wahrscheinlich sollte die inflation ganz besonders unter der erwartung veröffentlicht werden das haben wir gestern jetzt hier zu sehen bekommen und dann sehen wir an dieser konstellation jetzt eben ein höheres tief was sich ausbildet meiner einschätzung nach eine schulter die sich hier heraus kristallisiert nach diesem kurzen pull in seit gestern aber wir halten die niveaus und wir attackieren jetzt bereits hier am die tageshochs des gestrigen tages und dadurch kommt eben dieses play was ich gestern hier skizziert habe eben zum tragen wir projizieren also von dem kopf der sich jetzt hier heraus kristallisiert fällen ein lot auf die nacken linie und projizieren die auf der oberseite das sieht dann so aus ja hier in der xstation habe ich das entsprechend eingezeichnet landen genau in der skizzierten zielregion haben die ich gestern hier zum thema gemacht hatte zwischen 2005 2010 us dollar und dann bekommen wir ein ziemlich attraktives trading setup wir haben ein entry auf der 9 71 mit dem break also über die hochs von gestern wir haben ein s also das stop bei 1961 also das ist das tief dieser konsolidierung darunter wollen wir den jetzt erstmal kurzfristig nicht fallen sehen und wir haben ein zielbereich 35 dollar höher ich habe jetzt 2006 ganz akkurat genommen irgendwo 2005 bis 2010 so in diesem bereich und haben ausgehend hiervon chance von 35 dollar bei einem risiko von 10 dollar pro feinunze und somit ein chance risiko verhältnis von 3,5 zu 1 also gold scheint mir als trading vehicle hier an dieser stelle jetzt mit dem break über die 1971 durchaus einen näheren blick wert für ein setup und potenziell auch mit einem kurzfristig ausgebildeten boden weiteren bullischen momentum fundamental hält sich diese situation wie gesagt jetzt auch für gold auf nicht aus der fomo perspektive sondern aus der fett perspektive und ja ausgehend hiervon scheint nicht auszuschließen dass wir über kurz oder lang vielleicht auch heute getriggert durch die erzeuger preise beziehungsweise die einzelne handelsumsätze die um 14 30 veröffentlicht werden dann uns richtung 2000 dollar und höher wieder aufmachen also in der zweiten wochenhälfte auf jeden fall und soweit meinerseits happy trading passt auf die stops auf wir hören uns morgen hier wieder zum guten morgen börse gemeinsam mit xcw habt euch wohl macht's gut bis dann